Zwischen Rapid und dem WRC am Ende jubeln Kara und Co. Das Team von Dietmar Kühlbauer steht zumindest für eine Nacht auf Platz 1. Die Anfangsphase enorm verhalten, es ist taktisch geprägt. Die erste Möglichkeit in der vierten Minute nach der Flanke von Ullmann kommt im Rückraum schick zum Abschluss. Der Schuss von Scherzer noch geblockt. Die WRC-Abwehrreihe sonst eher mit dem Spielaufbau als mit Defensivaktionen beschäftigt. Die erste halbe Stunde ist eine zähe Angelegenheit. Rapid mit dem Verlegenheitsaufbau durch Ullmann, da ist schon über eine halbe Stunde gespielt. Kara setzt sich durch, auch Knas Müllner. Dann behauptet sich Ritzmeier das Missverständnis beim WRC und Kara versucht es aus der Entfernung. Und das erfolgreich, das Führungstor für Rapid in der 32. Minute. Allerdings auch mit freundlicher Mithilfe von Alexander Kofler, der Kara zum neunten Saisontor mitverhilft. Kofler greift daneben davor. Auch ausschlaggebend das Missverständnis zwischen Baumgartner und Sven Sprangler. Den Wolfsbergern fehlen offensiv eindeutig die Ideen und auch das Tempo in den Aktionen. Nur selten kommt der WRC wirklich vor das Tor von Richard Strebinger zum Beispiel mal in der 38. Minute über Wiesinger und aus dem Rückraum der Versuch von Michael Lindl auf die leere Tribüne. Rapid auch ohne Ljubicic und Hofmann wieder sehr gut geordnet. Kaum Chancen, die dem WRC gewährt werden. Die Wolfsberger nach 120 Kappminuten in Kapfenberg vor der Pause völlig harmlos. Damit kann Ferdinand Feldhofer nicht zufrieden sein. Er bringt für die zweite Hälfte Wernitznik und Schöffel für Stracnik und Zorferna. Die Gäste nach dem Seitenwechsel dann auch engagierter über Dieng und Lindl, Schöffel mit dabei, etwas Ballglück und dann die beste Gelegenheit bis dahin im Spiel für den WRC durch Dario Wiesinger. Der Schuss von Greiml noch abgebremst am Ende, nicht sonderlich schwierig zu parieren für Strebinger. Kurz darauf, Lochoschwili, der versucht anzutrebeln, aber den Ball verliert. Kara leitet den Konter von Rapid ein über den eingewechselten Kita-Gawa. Auch Ritzmeier mit dabei, Kofler pariert und dann hat Kara nochmal die Riesenmöglichkeit. Der WRC agiert, Rapid reagiert, beides mit viel Luft nach oben. Die Aktion allerdings stark von Kara, der den Konter selbst initiiert hatte. Mit Beginn der Schlussviertelstunde ein seltenes Glanzlicht der Kärntner durch den eingewechselten Dejan Jovelic. Der beste Torschütze der Wolfsberger stellt sein Können drei Minuten nach seiner Einwechslung unter Beweis. Allerdings mit dem fehlenden Abschlussglück. Rapid wird in der Folge immer passiver. Dann mal der weite Ball von Stojkovic auf Kara. Schön gemacht gegen Baumgartner. Der Abschluss aber zu ungefährlich in Richtung Kofler. Aber das war schon fein gelöst von Erdschank Kara. Den hat doch jemand mit Ibrahimovic verglichen. In der Folge erhöht der WRC noch einmal den Druck. Die 84. Minute hat der Kopfball von Wiesinger von Erdschank Kara kurz vor Strebinger geklärt. Da wird sie in der Schlussphase besonders bei Standardsituationen noch einmal gefährlich. Wenig später noch einmal der Aufbau über Nowak. Wiesinger, auch Schöffel mit dabei. Der erste Passversuch geblockt. Und dann Wernitznik im Rückraum mit einer super Abschlussposition. Das grenzt dann an Slapstick, wie Wernitznik diese Chance vergibt, weil er ausrutscht. Rapid verteidigt die knappe Führung ins Finish und darf als Tabellenführer zumindest übernachten. Der WRC verpasst es, seine Ausgangsposition für die Top 6 zu verbessern. Entscheidend für den Endstand der Gold-Torschütze Erdschank Kara, er im Interview bei Michael Gannhör.